Applaus an mich selber guck mal was ich geschafft habe ist das nicht super im Ort sich die Bauteile liegen in den Regal so die 1.0 die Hälfte der Appetur so kurz die Stadte die Schriftgeschichte die Spielaufgabe ja ich weiß nicht wie ich sie schafft auch das andere die Schrift fünfmal neu installiert und dann spackt man PC ab und dann explodiert alle nachfragt und alles ging wieder ich hab vergessen wo wir waren Prozent aber er läuft jetzt auch total Scheiße okay und es kann weitergehen ich hatte vergessen meine Aufnahme zu ändern deswegen war es noch nicht so ganz leckfrei aber jetzt müsste es zu 100% leckfrei sein ich habe nämlich eine neue Externa festplatte ich auch meine Kaputt warst du mir das ist nicht kaputt aber sie war kaputt Prozent so meine neue ist jetzt schön und schnell und zwei Terabyte und so oder dürfte ich jetzt ein paar Stunden lang aufnehmen könnten also ein paar Tage oder Wochen am Stück das hat recht zwar nicht tun aber es wäre möglich ja wo war ich in nao und geerbt wird der Ecke zu spät ja einfach nur hier ich muss auch mit zehn Sachen erzählen weil dass sich die hier die Sachen erzählt mit dem Satz ein nicht so stark an der Städte Flasche Cola Flasche Cola steht auf mein geschehen er spiele in den teilteilen doch nicht nachdenken ist das nicht herrn ist es ist auch ein klar ist es uns alles und was man muss dann weil ich bin toll dass die schüttelte er hat mir doch so dass auch als erländische verkehrt hat das bringt ja wie so ist es nicht oder leider hat das herz alle kurze hier habe ich hier muss wahrscheinlich muss wahrscheinlich aus meiner stadt meine stadt weiß keiner wo sie ist doch müssen ich die ganze vieles ob sie den Sieg von Ort war erledigt ein Tomechgleich der Helfahrt Prozent wir müssen die Stühle so gut stüttelte und treuer Stühle so gut stüttelte erneut wo sich die große Stühle wo er voll viele Kommentare geschrieben ihr so also bei Bob der Baum ist das nicht voll gut ist abgleich so richtig viel aufnahm auch gefühl kriegt weil weil ich anscheinend echt Abonnenten habe den Folgen guckt sich voll super ich für das Volk der Ehrer ist das Volk der Ehrgeist die Laufgabe ist auch ganz toll sind aber müssen schnell auf den Jahrsteller auf die morgens umbringen weil ich gar nicht mehr ist so trägt und das sind ach ja ich habe jetzt etwas losgegen ach ja genau es ging los und leidens ging an und los es war ein bisschen das und wir haben das ist ja auch die normale da war ich an dieser stelle als er das ist er geguckt also war ich an dieser stelle davon hat er gemacht das spieler hat einmal kurz krieg das kruppel heute das war es in Ordnung und zwei Sekunden dass die Aufnahme abgeschissen was habe ich gemerkt habe noch ein bisschen weiter aufgenommen aber ich war noch bei so einer komischen Frau und hab dann so ein Foto eingesammelt das war es dann auch schon also mehr habe ich nicht gesagt gemacht ne und Dreck und Dreck und Ruckel diese Sümpfe sind nicht gerade einladend jedenfalls wenn Gabriella Gourmet nicht wäre ja da unten liegt der Restaurant zum goldenen Frosch goldener Froschruckel ich musste der Fettsäcke los Fettsäck und Dreck und das Läden und na laden vorbei ich spiele derbere Ladenzeiten als alle anderen Spiele also alle modernen Spiele die ich spiele ist voll krass ist voll witzig hier bring ich dir deine Tischtücher du hast schon recht Gabriella auch das Auge ist mit ah stimmt Willi mein Freund vielleicht solltest du ihr bei mir in der Küche bleiben und mit Essen experimentieren statt mit öligen alten Flugzeugen nicht alle Flugzeuge hast du ganz billig gesagt ich hab's Maul kriegst du ich hab's Maul Maul was hab ich hier am Koffer alles dann Reike Geike 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 laufend schmack ab Reike Geike Ah hier ist Sampos Rehntier ich hab ein Rehntier im Koffer Kabel sind dicker als Seile wie nach sowas an diesen Funkmasten Kalles Zeitungen mit jeden Vogelfotos Fiona wird begeistert sein ich verarschen ich hab ein Rehntier im Koffer das ist doch sicher gegen Tierschutzgesetze komm sagt mir das gegen die Tierschutz ist hier Tierschutz muss richtig öko sein und so was heißt hier öko Tierschutz ein so äh Greenpeace Greenpeace der Panda nein das war WB WB Worldwide ich weiß was das heißt nein Pandas mit mit Tieren Tieren mit Pandas Pandas mit Tieren ähm weiterfahren weiterfahren fliegen wir sind ein Flugzeug so eh Berge oh treib ich also das Spielprogramm breeeeg Spiel der hängen laufwerk irgendwas abspacken und weiter geht's Fresse 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 Tja leider ist unser Tank nicht endlos es hilft nichts wir müssen bald auftanken wenn jemand über Vögel Bescheid weiß dann ist es Fiona ey da unten wohnt sie ich wollte gar nicht lernen ich wollte das Foto haben ich wollte das Foto haben lande ich jetzt halt bei Spakow los Spakow wo bestes Spakow da was Spakow ehhh fuck landen nicht funktionieren yeah nicht landen können wuuu jetzt aber jetzt aber jetzt aber Spakow loskommt Spakow 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 glücklich sein los Spakow sei glücklich Spakow sei glücklich Spak lande daaa nein blöd ich muss noch mal eh eh laden es zu jetzt mal willy hast du echt deinen Flugschein gemacht ach ich fliege hier ob ich eigentlich meinen Flugschein gemacht habe ich ja ganz vergessen dass ich die noch gar nicht habe ja ich möchte einen Flugschein machen nein nicht wegen die Werke nein ich baue mir keine eigenen Flugzeuge ey jetzt lande da mal du dummer Arsch meint der im Camouflage Doppeldecker das war eine kleine 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 EY KOMM 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 ja Ruckellaufwerk hm Werkzeug Ernst der Eremit weißt du er bräuchte Werkzeug du kannst nicht Gentleman das ist Verstambelor Verstambelor aus der Drahthütte einem solchen Gentleman wie Ernst helfe ich gern hat der gerade gesungen hat gesungen kommt ein Vogelfoto geflogen Fiona gebratene Taube was hat sie mir jetzt gerade geschenkt scheiße hat sie mir scheiße geschenkt hier ist bestimmt was dabei was du gebrauchen kannst scheiße in diesem LK weil er das neue Mikrofon habe ich habe das Mikrofon so jetzt habe ich in jedem aktuell auf eine Let's Play neue Mikrofon äh ich habe ein Spiel was ich gleich noch vielleicht noch aufnehmen das heißt das heißt vielleicht auch nicht deswegen sag ich nicht äh 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 oh je jetzt macht es j j nein ich sag es nicht das heißt ich würde nein ich sage es nicht jetzt müssen wir umkehren und aufbauen Oktober November Dezember und dann und dann wollte sie mich was schenken hm wem von uns an einem Namen flugzeug die Freude was das vor Ort von einem Flugzeug auch auch ein Rengwagen sich als er vamose von uns ab alles ab und anders ein Toten der Es ist ab was ab als Erbauer sie haben Fragen abgesagt Oh das ist alles ein zweck sos es hier aber auch sonst ob das wäre ich weiß nicht mehr ich bin in Versammlung zum Staubsauger über so komische Scheiß geflogen also falls das nicht drin war dann ist es jetzt dass sie mit dem Staubsauger komisch Scheiß geflogen wenn das war vollwitzig auf dem neuen Handel das ist doch ja sehr gut verpasst habe ich mich bewusst wenn man dann wenn man dann warum soll ein Schauspiel nicht dass der Flügel mal ist es ist das ist der Flügel hierher verstanden erster okay er soll ja er hat ein Blitz auf und Kultus und Acht haben so gut und ich bin auch immer wieder direkt an die Ereignisse sie haben schon mal gern gemacht der Mann der Mappel die Hälfte sind die Samstagspunkte die Hälfte um an einem mit dem Dix auch so die Sobzoff Kostas das ist ein solcher Jahrtausel wie ich ich schaffe es nicht da das ist fressen klar ist es nicht so einiges an das hat als schönes ich bin natürlich schön ich bin total schön selbstverliebt nein der bis durch die Gegenfliegen und so ja genau, Schnarchburg, Schnarchburg ist verschnecht ich hab schon wieder die GmbH-Funger, das wird euch vernervt das wird sich verwerfen, das wird sich ich finde das zweite, eher sein Fragscounter 16 gut, nicht gut durch die Gegenfliegen wisst ihr was, am Ende des Jahres wird endlich mein Internet schneller kann ich besser hochladen, schneller hochladen, mehr hochladen bessere Qualitätenplan muss die Eure Kalini auf dem Markt Werkzuschleid Griek negative ich kann Keine Ahnung, wo ich bin, aber ich will dahin. So. Wo bin ich hier? Wie bin ich hier in den Ding gekommen? Hä? Ist das nicht der... Das ist doch der spachsten, oder? Ja, das ist der spachsten. Wollte mich verarschen. Oh, hier ist es ja menschenleer. Keiner zu Hause. Da müssen wir wohl später wiederkommen. Sag mal, Grotte, hast du den Kanister? Ja, er hat die Arbus-Behaarung, ne? Was denkst du denn? Was willst du dir ein? Denkst du, ich bin großartig, das ist ein Schwerer, aber du hast gesagt, das ist mein Schwerer, das ist mein Schwerer, so, das ist jetzt Kronen, der Auffassung, ich sage, es ist aber, dass das Kronen war, oh, mein Herr Kropf, das heißt, das war doch nicht so. Mal Gronkh hat nur ein Vorlesern gehört, also bleibt, hä, was? Egal. Jaaaaaaaaaa, ruckelruckel, jaaa. Ey, hörst mal auf mit dem Scheiß. hier kommt man nicht rauf wieso ist dieses Spiel so scheißen ungerecht ich hab's geschafft 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 erstmal dem Weg folgen so ich hab's überlebt da ist ein ding meins meins zu mir das danke mal ist das nicht toll wie wir ich weiß nicht was es war aber ich hab's jetzt 1 ich habe mal sachen weil sie meine sind dann baue ich sie an mein Flugzeug ganz verschwendet auch wenn sie gar nicht mehr gehören und heute sie nur verloren haben denn wer es findet dem gehörst du tisch ich glaube ich sollte echt mal aufhören zu singen bei den Aufnahmen also das ist so langsam nicht mehr gut ne also mein Mikrofon ist nicht richtig so ist man nicht richtig soll ich hab' ja um es geht weiter also ich kann man jetzt mal wieder das Spiel da war noch so gut für selbst also wenn es ist der Runde und die Euro und die Idee heißt es scheiß die wie heißt es ist er alle scherben die Idee heißt es kommt und nicht ich glaube wir wenden immer wenn man nicht die Fall ist weiter das heißt die Farbe fliegt die Boch aber auch Barbar 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 da ist er Prozent ein 50 Frames pro Sekunde das Standbild Egal Landen in die in die Lande in die in die hierkehrt euer verloren geglaubte so und auch die Erklärung und er hat ein dummes Baby danke Schäfer das draußen war nur auf das Video mal vorbeikommt und sie angehört was kriege ich jetzt dafür danke für einen Scheiß Rudolf den ich in meinem Koffer mitgenommen habe und über die Grenze geschmuggelt habe ich glaub's ja nicht für euch schmuggel ich nicht mehr über die Grenze nein ihr könnt euch nur Drogen jetzt selbst besorgen oder Rudolf holt soll ich wenn er mal wieder ausmüchst Rudolf der ist umsüchtige Rentier Rudolf der drohmsüchtige Rentier oh ich hab ein billig iPod ein billig iPod ein billig iPod um die Karte will ich halt das ist ein iPod zweite Generation oder so ein Scheiß iPod nahm zweite Generation ein Adu oh mein Gott nein Miniaturdinger werden die Welt übernehmen Scheiße die Höhe durchgeknallter Mini Psycho Bart und Tisch welches Spiel ist das keiner weiß es wird äh was ist das ein meinungsvolle und das ist ein Telefon oder der Tagflächenspiel da klingt was ja hunker rum wird beizuert anklärt was das bedeutet kannst du dir ausrechnen oh kenne ich nicht die Nummer da gehe ich nicht verabt so uaaaaaah ähm hier weiter fliegen oh bitte 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 tank bitte tank bitte bitte ähhhh jeder hat halbst of es halt bohem bohe geleandet und so und so uh USB h h h s h h h h h sieht voll scheiße aus. Boah geil, ich hab einen scheiß USB. Ich hab so vier Ports Slim. Krass, 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 krass. Ein Flug, der funktioniert. Alles weg, alles weg, alles weg, alles weg. Ich könnte natürlich jetzt mal so einen 10-Stunden-Fahrt machen, wo ich einfach nur alle IT-Tipps anklicke. Das richtige Fahrwert für VTOL-Flieger. Und gucke, was passiert, also, na, und gucke, was passiert, und, und gucke, was passiert, ah, äh.